Hallo zusammen, willkommen zu einem kleinen, nennen wir es Special hier auf diesem Kanal, das fußt auf einer alten Idee. Da hatte ich damals mit Reus Filmkritiken gesprochen und er schlug vor, dass ich Hasskommentare oder böse Kommentare, wie auch immer, sammle und von Zeit zu Zeit Videos mache, in denen ich sie beantworte. Ist ein nettes Konzept, was bei mir aber praktisch nicht funktioniert, da meine Community eigentlich sehr anständig ist. Und ich bekam das neu auch noch von anderer Stelle zu hören. Wenn unter meinen Videos diskutiert wird, da findet ein Austausch statt, da werden Meinungen akzeptiert und solche extremen Querschläger habe ich extrem selten. Also ich bekäme eigentlich keinen Content damit voll. Und dann kommt diese Woche die Alien-Romulus-Kritik und das, was sich dann zumindest eine Zeit lang schreibtechnisch darunter getan hat. Und ich dachte mir, wir gucken uns jetzt mal ein paar der Kommentare an, nicht um die Schreiberlinge jetzt irgendwie zu diskreditieren, aber es ist eigentlich, wie ich finde, ganz lehrreich, um zu sagen, so geht's nicht. Beziehungsweise so macht es keinen Sinn. Ordne mir das Ganze erstmal ein. Ich habe den Film Montagabend in der Kölner PV gesehen. Meines Wissens nach gab es zeitgleich in München so etwas wie ein Special Screening. Dann gab es am Dienstag die ganzen restlichen PVs in mehreren deutschen Städten. Und es gab ein Embargo für den Film, das endete Mittwoch um 0.01 Uhr. Das bedeutet, meine Review kam um 6 Uhr morgens online und irgendwie Mittwochabend um 20 Uhr kamen dann die ersten Previews. Worauf ich hinaus will ist, zu dem Zeitpunkt, als mein Video rauskam und als die meisten von diesen Kommentaren kamen, können die Schreiberlinge sehr wahrscheinlich den Film noch nicht gesehen haben. Und das ist halt der Punkt, der das folgende größtenteils so lächerlich macht. Schauen wir uns mal ein paar der Kommentare an, die da gekommen sind. Fangen wir an mit diesem. Du hast doch keine Ahnung. Ja, wahrscheinlich. Aber ich frage mich jetzt, warum? Habe ich irgendetwas inhaltlich falsch wiedergegeben? Habe ich irgendetwas gesagt, gemacht, was zu diesem Schluss führt? Also ich halte das absolut für möglich, aber ich kann mit so einem Kommentar halt nichts anfangen. Und demjenigen ist dem damit irgendwie gedient, das rauszuhauen. Da muss ich immer die Frage stellen, stünde ich jetzt im realen Leben vor dem? Würde man mir das mitteilen? Und ich frage mich jetzt auch, warum habe ich keine Ahnung? Weil ich, so nehme ich es an, demjenigen nicht den Hype erhalten habe, den derjenige an den Film wahrscheinlich schon hatte? Ich weiß es nicht. Das ist das Nächste. Hast du den Film überhaupt gesehen? Was redest du da für einen Nonsens? Und darunter kommt, ich glaube nicht. Nochmal, das ist zu einem Zeitpunkt, wo diejenigen den Film eigentlich noch nicht gesehen haben dürften. Und die Wahrscheinlichkeit, dass das, was ich sage, zumindest womöglich richtig ist, die will man irgendwie nicht akzeptieren und sagen, das hast du doch gar nicht gesehen. Ich versuche diesen Gedankengang zu erfassen und schaffe es schlechtweg nicht. Und letztlich versuche ich vor allem zu erfassen, warum muss man sowas, selbst wenn man sowas denkt, das hier hinschreiben. Aber gut, dann gehen wir eins weiter. Ah ja, da hatte ich dann noch was drunter geschrieben. Und dann kam dieser Kommentar und der ist irgendwie Comedy-Gold. Hä, was redest du? Außerdem heißt es nicht Alien 1, sondern Alien, das unheimliche Wesen aus einer fremden Welt. Da hat wohl jemand überhaupt keine Ahnung. So, das ist, wenn ein Film für sich rauskommt, hat er den entsprechenden Titel. Es gab 2014 John Wick. Nur, wenn es dann Sequels und weitere Filme gibt, neigt man dazu, den ersten Filmen Nummern zu geben. Aus Terminator wurde irgendwann Terminator 1, aus John Wick wurde John Wick 1 oder der erste John Wick und immer so weiter. Und der erste Film hieß Alien, im Deutschen bekam er halt diesen Untertitel. Aber wieso ist es so wichtig, den deutschen Untertitel zu sagen? Ich habe auch schon öfter Leute über Terminator 2 reden hören, aber nicht über Terminator 2 Tag der Abrechnung. Das ist also irgendwie auch so eine Art Strohmann. Das heißt, man sagt mir hier einen Fehler nach, den ich nicht als solches sehe, weil es eigentlich klar ist. Und spricht mir damit jedwede Kompetenz für alles weitere ab und feiert sich. Also es gibt dieses Sprichwort, spiele nicht mit einer taube Schach. Sie wird auf dem Brett rumlaufen, draufscheißen, Figuren umstoßen und herumstolzieren, als hätte sie gewonnen. Und das findet sich für mich in diesem Kommentar wieder. Das ist ja auch ein schöner Dialog. Ich bekomme zu hören, schwache Review. Antworte, knapper Kommentar. Und darunter kommt dann, unprofessionelle Antwort. Und ich frage mich, was wäre eine korrekte Antwort? Damit die professionell erscheint, wobei ich selber mir das Letzte, was ich mir unterstelle, ist Professionalität. Deswegen weiß ich nicht, was mir dieser Kommentar bringen soll. Ihm hat meine Review nicht gefallen. Das hätte er auch mit einem Daumen runter sagen können. Ich erhalte nicht die Aussage, warum meine Review schwach war. Das führt zu nichts. Und warum meine Antwort unprofessionell war, keine Ahnung. Filmkritiker kann man nicht ernst nehmen. Hier ist das beste Beispiel. Ich weiß ja nicht, welchen Film du geguckt hast, aber anscheinend nicht. Romulus, unfassbar deine Kritik. Warum? Ich bin dem Film nicht sonderlich nett gegenüber gewesen. Das stimmt. Ich habe es aber trotzdem sachlich formuliert. Aber es ist auch hier so ähnlich wie die Ersten. Es ist unmöglich, dass derjenige, der scheinbar einen entsprechenden Hype oder Vorfreude für den Film hat, dass dieser Hype nicht berechtigt ist. Und es ist besser zu sagen, ich hätte ihn nicht geguckt oder so. Also, ich kriege das nicht auf die Reihe, warum man dann sowas schreiben muss. Und es besser ist, sich selber den Hype zu erhalten. Nee, also, Hilfe. Wo ist das eine Review-Kritik? Wo ist das ein Kommentar? Zumindest einer, der mir hilft. Was fehlt, dass derjenige in mir oder bei mir eine Review findet? Hätte ich ihm inhaltlich nach dem Mund reden sollen und sagen, Alien Romulus ist wahnsinnig geil. Ich verstehe es einfach nicht. Was hätte ich hierhin gemusst? Dieses hier ist wahrscheinlich kein Hasskommentar. Er steht nur zwischendrin und ich konnte ihn nicht zuordnen. Ich bin ein Außerirdischer. Willkommen auf der Erde. Über den Kommentar habe ich mich auch ein bisschen geärgert, aber von einer Kritik über den Lebenszyklus der Kreatur sollte man sich damit mal auseinandersetzen. Miese Kritik. Mein Problem, habe ich auch im Video gesagt, das Alien entsteht ja so, da kommt dieser Facehugger, springt einem ins Gesicht, befruchtet den Körper, dann kommt irgendwann hier der Chestburst da raus und kurz daraus entsteht das Alien. Und in den Filmen ist es nicht konsequent, wie lange das dauert. In manchen Filmen dauert es wenige, einen Tag. Hier im Film dauert es fünf Minuten, in anderen Filmen wenige Stunden. Und das ist eigentlich meine ganze Kritik. Das geht jetzt hier im neuen Film so rasend schnell, dass ich es unglaubwürdig finde. Und wenn es dann heißt, ich soll mich über den Zyklus beschäftigen, was meinst du damit? Was habe ich falsch wiedergegeben? Was stimmt nicht? Ich bin gerne bereit, Kritik anzunehmen und zu sagen, okay, ich habe falsch gelegen, aber mit dem Satz kann man jetzt auch nicht viel anfangen und dann miese Kritik draufzusetzen. Nee, wenn ich einen inhaltlichen Fehler drin habe, korrigiert mich gerne, aber da werde ich nicht schlau draus. Hier noch ein Kommentar, der mich wegen einer anderen Sache sehr kirr gemacht hat. Der Film ist das perfekte Bindeglied, das lange gefehlt hat, besonders im ersten Mal eindrucksvoll verdeutlicht, wie die Welt von Alien, Blade von Ankur, unzählige spannende Möglichkeiten für Geschichten bietet. Wenn man denkt, dass das alles mit einem Kyro-Kapsel-Biebstahl beginnt, bleibt nur die Frage, was kommt als nächstes? Hoffentlich erleben wir endlich eine Comic-Verfilmung von erst mal und weiteren spannenden Titeln. So, hat nichts mit dem Film und hat auch nichts mit meiner Review zu tun, sondern ist einfach, dass derjenige da wunderbar viel Material rausbekommt. Aber dann ist der Satz, den ich furchtbar finde, Also, dieser Satz, ich weiß nicht, da wird auch irgendwie erwartet, dass ich die Ansicht des Schreiberlings annehme, weil wenn ich das nicht tue, wie ich es offensichtlich tue, kann ich mich damit nicht auskennen. Das ist eine furchtbare Denkweise. Das erinnert mich an ein Video, da hat ein Linksradikaler jemandem eine Liste mit Büchern genannt und hat gesagt, das musst du alles lesen und wenn du das gelesen hast, siehst du die Dinge wie ich und wenn du sie dann immer noch nicht so siehst, dann hau ab. Und irgendwie habe ich diesen Satz ähnlich aufgefasst. Aber es gibt auch andere unter euch, es gibt einige, die nette Sachen geschrieben haben und um hier jetzt nicht allzu negativ rauszugehen, habe ich ein paar der netteren Kommentare hier auch nochmal gesammelt. Da ist zum Beispiel, es gibt auch Kritiker, die denken wirklich, dass der Film an die ersten beiden Teile rankommt. Einfach die Vorfreude sinken und nicht so gehypt in den Filmen und dann wird man auch nicht enttäuscht. Gesunde, natürliche Einstellung und vor allem, was immer ich in den Videos sage, hat ja nichts damit zu tun, was ihr vom Film erwarten könnt, was ihr vorfindet und so weiter. Hier, das ist wunderbar. Dann, ich mag die ersten beiden Filme, genau, hier ist mit, genau, hier, ich mag die ersten beiden Filme, da ging es bergab bis zu den unsäglichen Alien vs. Predator Filmen, dann Frischer Wind, Prometheus und Covenant waren wieder besser, kam aber nie an Alien, das unheimliche Wesen aus einer fremden Welt, hier wird es korrekt gesagt, Aliens heran. Und diesen Satz hier habe ich gefeiert. An alle, denen das Säureblut kocht, habt ihr die letzten sechs Filme verschlafen und wie traurig muss euer Leben sein, wenn man sich so über eine Meinung zu einem Franchise-Titel aufregen muss. Das Säureblut, finde ich großartig und in anderer Haltung. Wir können uns hier friedlich, freundlich austauschen, aber so wie hier stellenweise aufgedreht wurde, warum? Wem bringt es? Super, danke. Da gab es noch den Nachsatz zu Fan, kommt bei manchen wirklich von Fanatic. Erinnert mich daran, dass ich der Fanatic endlich sehen muss. Auch hier von einer meiner treuesten Zuschauerinnen ein wundervoller Kommentar. Holla die Waldfee, da sind aber einige mit dem falschen Fuß aufgestanden oder bekommt euch die Hitze nicht. Dieses Video entspringt der Kategorie Subjektive Meinung, genau aus diesem Grund existieren Kritiken-Reviews. Stimmt eure Meinung mit der gegebenden Kritik überein? Großartig. Seid ihr völlig anderer Meinung? Auch großartig. Gerne drüber diskutieren, aber immer fein freundlich bleiben. Geschmäcker sind mal verschieden, deswegen muss niemand rumpumpen. So, und ja, das ist besser, kann man das nicht sagen. Das ist genau das. Und schön, dass es auch zugegen ist. Handy mal fleiße. So, auch hier noch ein Kommentar ähnlich gelartet und hat mich sehr gefreut. Komisch, wenn man jetzt in den Kommentaren jemanden angreifen, beziehungsweise schon fast schon beleidigen muss, nur weil die Erwartungshaltung einiger nicht erfüllt und nicht völlig aus dem Häuschen fünf Sterne verteilt werden. Filme werden auch immer subjektiv wahrgenommen. Es kann sich also jeder seiner eigene Meinung bei einer Sichtung des Films bilden. Vor allem wird hier noch erwähnt, dass einige andere Filmkritiker ihn schon als fast besten Phil-Alien-Film der ganzen Reihe bezeichnen. Wer sich lieber von dem Kinobesuch hochhypen möchte, sollte auf die Kritiken der besagten Review erwarten, anstatt hier sinnlose Kommentare zu verfassen. Und dann hier nochmal der Punkt. Die meisten hier kommunizieren und haben den Film selbst noch nicht gesehen, wodurch viele Kommentare einfach lächerlich erscheinen. Genau das. Dankeschön. Das hier fand ich auch sehr lustig. Das einzige Medium, was hilft es der Spiegel? Wenn der Spiegel sagt, der Film ist scheiße, dann unbedingt rein. Ich habe die Spiegelkritik zu Alien Covenant noch nicht gelesen, aber ist ein gutes Vorgehen. Das war jetzt mein Blick. Einmal quer drüber. Ich werde wie üblich meine Kommentarspalte noch bearbeiten. Das heißt, wer was geschrieben hat, dürfte über kurz oder lang noch eine Antwort von mir erhalten. Ich muss mal sehen, wann ich das wie hinkriege. Aber letztlich nehmen wir das alles mal als Lehre, dass hier du als Follower meines Kanals zu denen gehörst, in der Regel, die sich ordentlich ausdrucken, mit denen der Austausch Spaß macht. Und ich glaube nicht, dass einer der sonstigen Angesprochenen jetzt hier irgendwas sieht. Aber ja, ich finde es schade, wenn Diskussionen so verlaufen, weil sie machen letztlich zwei Dinge nicht, nämlich Sinn und Spaß. In diesem Sinne, danke für die extra Zeit. Danke für all das. Geht den Film schauen. Lasst es bleiben, ganz wie ihr möchtet. Lasst es euch gut gehen. Alles Gute und bis dann. Ciao.